Manchmal hat man diese Phasen, in denen man denkt, dass es nie wieder gut wird, dass man nie wieder glücklich wird, nie wieder die Sonne scheint, aber die Sonne wird wieder scheinen und du wirst wieder glücklich sein, wenn du bloß den Glauben daran nicht verlierst, wenn du nicht aufhörst, ein guter Mensch zu sein, wenn du nicht aufhörst, die Welt in dich herum von dem besten Ort zu machen, weil wenn du den ganzen Hass, die Wut, die Trauer, die du in dir spürst, nach außen gibst, dann kommt diese Energie zurück, dann wirst du nicht herum schlechter, weil die Menschen das reflektieren. Wenn du aber für andere der Mensch bist, von dem du dir hoffst, dass sie für dich sind, dann wird die Welt besser, dann wird diese positive Energie zu dir zurückkommen und dann wirst du auch wieder glücklich werden, vielleicht nicht immer gleich, aber bald. Das ist Karma. Ich bin beautiful. Das ist Karma. Das ist Karma. Ich bin beautiful. Ich bin beautiful. Das ist Kama, keep it beautiful.